auch gegen gamecord alles das ist immer gegen den ist immer nicht hart der ist auch stark bis jetzt habe ich nicht nicht den hauch einer chance gegen den probieren wir das doofe gambit hier war das sieht gut aus weil ich den e4 bekomme jetzt kienten fetten abzug sehe ich gerade nicht jetzt erstmal die dame weg aus der diagonale das soll gehen nach b6 echt so frech er will dame f3 spielen lassen wir auf laufer b4 oder laufer c5 einfach den angreifen okay es war klar dass er dann nimmt wieso geht das holy shit was macht er da wieso geht das okay Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Nein, nein. Nein. Ich hatte ihn, ich hatte ihn. Die Partie stand nicht gut, die stand auf Gewinn. Aber unglaublich, unglaublicher Taktiker.